Na weiter, das muss ich noch gucken, wie das aussieht, wenn ich das erst hier machen würde. Ähm, gut, was braucht denn hier der Beacon? Okay, der braucht einiges, so. Aber bevor wir das machen, ähm, mache ich jetzt auch noch eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis denn und tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Space Engineers. Ähm, ja, es hat sich ein ganz kleines bisschen was verändert zur letzten Aufnahme und zwar habe ich, ähm, ja, ein bisschen mehr Ressourcen und ich weiß nicht, ob ich da noch ein bisschen was verändert habe, ich glaube nicht. Ach doch, ich habe den Gravity Generator freigelegt, damit er jetzt nicht mehr halb in der Wand steckt. Und zwar, ähm, genau hier, das war nicht alles schon vorher da. Ähm, so, das lag daran, es gab ein Problem. Und zwar im letzten Update, das vor zwei Tagen, äh, rausgekommen ist. Ich glaube, vor zwei Tagen war es da vor einem, oder gestern halt, ne? Ich muss mal noch zurück. Ja, das gestern rausgekommen ist, ähm, Gab's ein Problem und zwar wurde, ähm, und zwar hat irgendwas mit dem Schmelzen nicht funktioniert, so. Und naja, daraus ergab sich, dass ich nicht wusste, dass dieses Problem das Update entstanden ist und dann die ganze Zeit einfach nur hin und her geflogen bin und die ganze Zeit versucht, irgendwie das Problem zu lösen und das war so unglaublich langweilig, dass ich jetzt einfach ein paar mehr Teile habe und die Aufnahme weggefuckt habe. So, ich, es ist ja wirklich nicht viel passiert. Ähm, gut, dann. Wir wollen ja gerade den, ähm, Bicken machen. Da könnt ihr auch gleich das tun, äh, raus tun, was ich hier noch in den Produktionen habe. So, mal kurz hier, Produktion. Hier, so, genau. Und wir brauchen dafür, ähm, Silizium-Wafer. Also, ähm, ja, die Teile habe ich alle, weil ich eine, äh, einen, ja, jetzt eine Refinery auf der Station bauen wollte, weil ich dachte, dass die Kette in der Refinery hat immer, dass immer Eisen gebrannt wird, also so am Eisen, wenn ich jetzt hier anschalt, sehe ich ja. Kobalt, aber, ich brauche jetzt kein Kobalt, ähm, aber es war halt immer Eisen. So, das Silizium muss ich kurz noch holen, das habe ich weggeschmissen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt schon im letzten Bad geholt hatte oder ob das mit dem Holen jetzt nicht mehr dabei ist, als in der letzten Aufnahme. Oder ob ich, äh, wie gesagt, die großen sind einfach so, ist so scheißegal. So, äh, das müssen da noch liegen, ich bin mir gerade nicht sicher, und dann habe ich das weggeworfen, dann habe ich mehr Platz im Inventar, weil ich konnte das nicht in die Kiste legen, weil sonst wäre das automatisch in die Raffinerie gegangen. So. Silizium. So, Laderauklapp. Jetzt warten. So. Ähm. Achso, ähm, wir müssen da hin. So. Und dann bauen wir mal den Beacon, damit wir endlich mal ein, ja, Schiff, zu einem Schiff gehen können und dann mal ein bisschen was, ähm, ein bisschen Ressourcen bekommen. So, das packe ich jetzt einfach hier. Hier. In die Refinery. Ähm. Achso. So. Gut, und dann macht jetzt hier die Teile. Dann. Ähm, ja, lasse ich die mal machen und gucke, was ich alles brauchen. Hier ist er. Ähm. Stealplates brauchen wir 39 und 30 Construction Component. Okay. 39 Stealplates. Und 30 Construction Component. So für alle, die wissen, wie das geht, das ist, wenn man das mit Rechtsklick zieht. So. Dann packen wir jetzt gleich da rein. Dann Small Steal Tube, Large Steal Tube, Computer Radio Communication Component, Construction Component und nochmal Stealplate. Gut. Ich denke, mit den Large und Small Steal Tubes, das werden die größten Problemstellen, sag ich mal, sein. Weil, F, so viel werde ich nicht haben und Large Steal Tubes, die kann man auch nicht, also die brauchen schon ziemlich Material. So, gut, das machen wir alles hier rein. So. Natürlich, das ist mal ein bisschen aufteilen, damit das hier nicht gleich voll ist. Ja. Ich hätte ja noch Platz, mal. So, hier. Ähm, Small Steal Tube. Ich hab, ich hab 16, ne? So, 16? Ja. Allzu brauche ich noch. Ich brauche. Bewegt sich doch. Ich brauche insgesamt 60. So. Ähm, 16 minus 16 ist 46. Das heißt, ich brauche uns 46. So, kann ich jetzt den Stoff fassen. Und, ähm, ja. Ja, Large Steal Tubes brauche ich 40. Glaube ich. Ich brauche das lieber nochmal nach. Nicht mehr mit, was ich mitnehmen kann. Genau, 60 und 40. So, da wollen wir noch 20 Large Steal Tubes. 20, ne? Ich hab's 5 drin. Hier hab ich 5. Ja, genau, 20. Ja. Okay, ich brauche Eisen. Okay. So, dann darf ich das drehen und das ganze Zeug hier mit. Was ich hier noch hab. Ähm. Hier ist Small Steal Tube. Und das hier. So, wo ist es denn da hinten? So. Und nochmal. Hier. So, wir können immer 6 Stocken nehmen. Das heißt, einmal dürfen wir dann noch gehen. Für die restlichen 4 und dann eben ganzes bisschen. Ein bisschen Eisen holen. Ach. Aber die sind drin, ne? Die Large Steal Tubes. Ja. So. Wurde mir noch kurz die letzte Laden und dann gleich, ähm, Eisen holen. Ich glaube, da unten auf dem Boden dürfte noch ein bisschen Eisen liegen. Da droh ich mir dann gleich. Ah, hier. Also da war der ganze Stein. Hier irgendwo. Da. So. Jetzt rein damit. Okay, Eisen. Okay, aber nur ganz wenig. Oh, oh. Ich verziehe mich mal hier rein. Weil. Es könnte gefährlich sein. Da ist doch gar nichts. Ach doch, da. Okay. Eisen. Da unten. Ich dachte, das ist jetzt als eigentlich ein bisschen krasser, aber ist anscheinend ja nichts. Also. Da unten. Ja. Also, ich bin bitte dringend.